Die haben heute auch tippet, das heißt, keiner darf mehr tippen oder was. Ich hab's jetzt nicht ganz verstanden. So, wo sind meine Sachen? Ja, die meisten hab ich. So, ich hab auch gerade Sachen eingesammelt. Das sind Danis Sachen, die will ich nicht. Ich hab keine Ahnung, ich schmeiß mal alles so raus. Hier liegen noch Sachen. Ja, hier unten liegen noch ganz viele Sachen von mir. Wer zur Hölle hatte Redstone-Torches? Bitte jetzt nicht, bitte nicht. Au, 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 au. Ich will mein Jetpack. Das hat er jetzt. Okay, jetzt müssen wir halt zurückspüren. Wo bist du? Ich bring dich um. Ich will mein Jetpack. So, gut. Ich baue für uns jeden Boot. Na, ich hab noch nicht mal die ganzen Sachen wieder, die ich überhaupt hatte. Ja, tut mir leid, ich kann's mir das Zeug ausnehmen. Brauchen wir noch so da Platz ein paar? Die haben 50 ungefähr. So, die liegen da, wo ihr gestorben seid. Wie viel ist denn da noch drin? Du kannst ja fliegen. Ja. Viel Spaß beim lange herumfliegen und das Jetpack leer machen. Was wir überhaupt noch nicht... Ich hab doch die Boote hingelegt. Ja. Nur er fliegt lieber, so wie's aussieht. Obwohl das Jetpack wir eigentlich noch für wichtigere Sachen brauchen, als einfach nur übers Meer zu fliegen. Wie ein Kampf zum Beispiel. Genau. Dann fliege ich kurz hoch, lege's ab. Schwimmst zum Vulkan, dann liegt's dann. Vielleicht in der Lava, vielleicht auch nicht. Jetzt ist es eh schon fast leer. Das hält nicht lang. Ja, natürlich hält's nicht lang. Aber... Kann man das aufladen? Das will ich ja nachgucken. Deswegen lieber erstmal nicht komplett leer machen. Ah! Es ist auch noch nicht komplett leer. Ja. Fuck, jetzt hab ich natürlich von hier hinten aus kein Boot. Schwimmst zum Vulkan. Ich hab kein Holz. Ja, ich hab aber ein Boot in der Hand. Und ich hab Hunger, deswegen ess ich grad was. Ja, man hört. Ich würd sagen, wenn wir dann zurück sind, mach mal Aufnahmen. Stopp. Um 8 Uhr halt. Lol. Lol. Irgendwas ist mit meiner Steuerung. Was ist mit meiner Steuerung? Hilfe, man hat mich gehackt. Ich kann mich nicht bewegen. Ich hab mal... Jetzt geht's. Mein Boot versinkt. Äh, wo ist denn das? Irgendwie ist das Boot weg, das du geworfen hast. Ich hab's doch hier. Äh? Ich bin da voll hingeschwommen, aber es war nicht da. Da, jetzt ist es oben. Ich bin grad voll durch den Öl-Ding gehen. Aha. Na gut, ab nach Hause. Wir können ja bis zum... Äh, Dings. Schwimmen. Äh, Dings. In einem Boot fahren eigentlich. Wir müssen ja nicht ballern, so oder? Eigentlich ja nicht. Dann halt Boot kaputt machen, sonst fällt's auf. Mhm. Oh, das war wieder eine Reise. Mhm. Und die Aufnahme war so effektiv, weil wir ja so viel erreicht haben. Ja. Ja, ja. So. Und wenn in der nächsten Aufnahme irgendwer geportet werden will, nö. Außer mich halt. Nein, was? So, jetzt noch zurücklaufen. Schön, dass man wenigstens die Befehle angezeigt bekommt und die Leute machen, das werden nicht böse. Was die schon alles gecheatet haben. Das find ich immer noch kacke. Auch aus Versehen. Man kann nicht so oft aus Versehen. Ich glaub ja nicht mehr, dass ich aus Versehen war. Glaub ich auch nicht. Sag mal so. Hätte sich Döhle damals nicht Holz gecheatet, hätte ich gedacht, das wär aus Versehen. Aber... Wofür Holz cheaten? Beziehungsweise angeblich schauen, wie man sich's macht. Ja. Ah, meine Güte. Ist mir aber auch völlig egal. Hier sind eh ein Vorteil, so gesehen. Die haben zwar mehr Technik-Kram und was als ich, aber... Sag mal so, wenn sie irgendwann ein Forcefield haben, sind die eh weg. Dann können wir die eh nicht. So, was jetzt mit ähm. So, ähm. Bin jetzt zu Hause. Wir haben zwei Diamanten. Unsere Ding hat zwei Diamanten abgebaut. Die Quarry? Ja. Nice. Ich werd gleich mal unten schauen gehen, ob da noch mehr sind. Warte. Richard, da steht ein Insider im Chat. Fail. Punkt. Ah. Ja, ja. Den verstehen nur wir. Da ist noch Tangston-Oa auch noch wieder. Äh, Sparek, ich schwimm gerade irgendwie schneller als du. Ja, leicht. Überhol dich gleich. Na ja, und? Wir sind eh nun 90 Meter vom Eingang entfernt. So, gut. Die Quarry ist jetzt am Bedrock angelangt. Können wir die jetzt eigentlich wieder woanders aufstellen? Mhm. Aber lass uns bitte hier. Ja, was wird der jetzt eigentlich mit M? Der fragt mich immer. Aber ist auch egal. So. Ah, unser Zuckerrohr ist gewachsen. Setz du dann bitte noch den Block oben drauf. Ich hab keinen Zeit, ich kann mir nur Erde hinsetzen. Dann setz Erde hin. Besser als wenn man eine Leiter durchsieht. Ja, deswegen. Und durch ein Wasser sieht man die Namen nicht. Wollte ich mal anmerken. Was sehr praktisch ist. Und ich immer noch finde, dass wir im Vorteil sind. Ich auch. Holy fuck. Oh, Dani. Was? Ich dachte, du wärst ein Zombie. Ja. Ich bin Creeper. Dani, gib mir mal dann bitte kurz das Trade Pack. Ich möchte gucken, ob ich das auffüllen kann. Hoffentlich funktioniert das. Blank. Blank. Ja. Geil. Hier noch Tankstenrohr. Ja, danke. Ich hab nur gerade keinen Platz im Inventar. Okay, das in der Kiste sollte auch noch genug sein. Nein, man kann's nicht auffüllen. Also zur Zeit noch nicht. Äh, haben wir noch, da haben wir noch Tankstenrohr. Aua. Ja, Dani, da fängt man raus wieder. Ähm. Ah, wir können uns wieder Dark Matter herstellen. Hier sind zwei Diamanten von der Quarry. Danke. So, ich kann uns zweimal Dark Matter herstellen. Und wir haben immer noch dann zwei... Dings. Zweimal... Zwei Diamanten übrig. Cool. Also einmal zwei Diamanten. Und unter dir liegt noch Nicolit. Ja, danke. Zack. Und hier sind noch Solarplatten. Ja, nicht mir geben. In die Kiste tun. Nee, ich möge dich gerne zu. In die Kiste legen, hab ich gesagt. Danke. Dankeschön. So, wo haben wir das? Hast du noch die Eisenkisten? Die hab ich schon platziert. Das ist perfekt. So. Aha. Was ich hier noch für dich mit hab. Ach, danke. Ja. Dein Goldblock. Genau, den hatte ich nämlich weg. So. Wir haben wieder plus zweimal Dark Matter. Jo. Sollen wir dann, wenn wir acht haben... Wenn wir acht haben, wird der Erste sein... Sein Dings bekommen. So, wir haben Dark Matter mal fünf. Und was wollte ich am Anfang bauen nochmal? Ach ja, so ein komisches... Wie heißt es? Solar-Teil. Ach ja, dafür brauchten wir ja Dings. Wie heißt es? Äh... Rubber. Und Copper. Rubber nochmal. Wir räumen jetzt oben mal die Kiste aus. Copper war ich doch dann hier irgendwo am Brennen. Genau da. So. Äh... 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 Kommt mal hoch zu Quarry, bitte. Geht gerade schlecht. Dani, du, bitte. Lass mich noch erst runter. Was soll ich dort? Wirst du schon sehen. So, wie gehen die Dinger an? Refinite Iron brauche ich da. Eisen, 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 Eisen. Oh. Ja. Ja, ich habe auch keinen Platz. Es ist viel zu viel, was da ist. Ja, ich... Wir laufen nochmal. Also, ich zumindest. Wieso, was macht denn hier? Ich habe die Kiste abgebaut und bin ganz... Das ganze Zeug halt mit... Eingesammelt. Ach so, ähm... Apropos... Wo ist meine Diamantspitzhacke? Das weiß keiner so gut. Ja, die... Die habe ich aber hingebaut. Das weiß ich aber nicht. Ich habe sie nicht. Die hat dann irgendwann mal da eingesammelt. Echt nicht. Na gut, sie ist weg. Dann bleibt Zeug da. So. Und so wie das Teil geht, weiß ich ja jetzt. Und jetzt... Jetzt will ich das Teil haben. Garni, gibt man wieder die zweite Kiste. Advanced Alloy. Mixed Metal, Ingrid. Also, wir... Habst du dir runtergeschmissen? Nee, nee, nee. Da oben ist nichts mehr. Das habe ich alles mitgenommen. Also, na gut. Simpel ist es erstmal nicht. Wir warten lieber noch ein bisschen... ...mit dem Laser. Das dauert mir doch jetzt dann dafür eindeutig zu lange. Aber gut. Kriege ich mal das Papier, bitte? Ähm... Wir haben... Ich finde, ein Schaden ist doch doch ein wichtiger Abend. Erstmal. Wir haben... ...noch 62 Papier hier. Und in drei Minuten ist Schluss. Ja. Bis dahin will ich aber noch endlich dieses scheiß Solar-Teil haben. Wovon, geht das? Nein, Schaden. Hätte ja sein können. Code. So, jetzt haben wir 20 Bücher. Ja, gut. Damit können wir uns nur wieder ein paar Bücherregale bauen. Ja. Aber wie gesagt, nur ein paar. Ähm... Die Redstone-Engine. Die will ich jetzt. Wir haben immer noch 8 Bücher und ich hab halt kein Holz mehr, das war das Problem. Hm. Wunden-Gears brauchen wir dafür. So, auf wie viel können wir jetzt schon entscheiden? 14. Äh, 14 heißt bisher das höchste, was ich gesehen hab. 2 Wunden-Gears. So. Es wäre viel einfacher, wenn man schon durch Erzeabbau-Erfahrung bekommen würde. Bekommt man ja bei Code. Bekommt man das jetzt? Ja, bei Code bekommt man das ja schon lange. Ja, aber mein... Bei dieser Version, ja. Ja, ja. Glaub schon. Echt? Ich glaube auf jeden Fall schon. So, wie war das? Hier liegt noch Holz. So, ich brauch's, ne. Ich brauch's mehr. Ich hab's zu ihr hingeworfen, weil ich wusste, weil du gerade so vergeblich nach Holz geguckt hast, wo ich seine Hand hatte. Okay, Schluss. Äh, eine Minute noch. Okay, Schluss. Ich bin natürlich bei euch wieder beim Zugucken, fürs Zugucken. Äh, und dann würde ich mal sagen, sag mal Tschüss. Ciao. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein.